Dann starten wir offiziell herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz hier. Aus dem Trainingslager in Marbea. Schön, dass ihr alle mit dabei sind. Und schön auch, dass unsere zwei Nationalspielerinnen mit dabei sind. Einmal unser Geburtstagskind, Sarah Debritz. Schön, dass ihr beide hier seid. Und da fangen wir mal mit dir an, Sarah. Geburtstag im Kreise der Nationalmannschaft. Ein letztes Spiel war gegen Bulgarien. Wie sehr frohst du dich, hier wieder im Kreise mit dabei zu sein? Die Freude war natürlich riesig. Ich war schon einige Monate jetzt nicht mehr bei der Nationalmannschaft. Und ich habe mich sehr gefreut, alle wiederzusehen. Ich habe heute auch schon das eine oder andere Geburtstagständchen bekommen. Ich habe es mit der Mannschaft gefeiert. Also bisher verbringe ich einen schönen Tag. Super, Alex. Frage an dich. Ja, erste Maßnahme im WM. Ja, erstes Länderspiel steht vor der Tür. Wie groß ist es hier und was sind die ersten Eindrücke hier in Marbea? Ja, ich glaube, wir kennen das ja schon, dass wir dann so nach den ersten zwei Ligaspielen dann mit der Nationalmannschaft auch zusammen. Ja, wir halt hier jetzt in Marbea auch wirklich gute Bedingungen haben, guten Platz haben, was alles nah beieinander liegt. Um ja wirklich jetzt auch anzufangen, an kleinen Stellschrauben zu arbeiten, noch besser zu werden, die nächsten Schritte weiterzuentwickeln. Und dann für die Weltmeisterschaft dann auch hervorragend in dem Sinne auch vorbereitet zu sein, um im Optimalfall Titel zu gewinnen. Danke, Janu, eure Fragen, bitte. Wir starten mit Ulrike Jung von der DTA. Ja, hallo, ich hoffe, man hört mich. Ja, Glückwunsch auch von meiner Seite aus. Du warst, wie gesagt, schon lange nicht mehr dabei. Wie war es denn mit deiner Verletzung vor allem? Es lief so ein bisschen unterm Radar mit deiner Verletzung. Vielleicht kannst du mal dazu sagen, was da genau war, wie es heute aussieht. Es geht einfach. Ton. Euer Ton ist leider gemutet. Entschuldigung. Danke. Jetzt? Ja. Also, ich wurde am Sprunggelenk operiert. Meine Bänder wurden quasi neu gemacht und wieder geflickt. Kann man so auch sagen. Deswegen bin ich da ja gute elf Wochen ausgefahren, bin dann kurz vor der Winterpause wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Also die Woche vor der Pause war da dann, wie Leute hat, eben vor der Pause dann wieder dabei zu sein, wieder ready zu sein. Und dann ging es in die Winterpause und dann ab Januar ja voll dabei gewesen bei der Mannschaft und auch jetzt ja alle letzten Spiele bestritten. Guna, meggas. Die erste Strafe am Ruhigen. Guna, du bist noch nicht zu gorn? Guna, was ist los mit dir? Tonschwierigkeiten. Leider immer noch nicht, Guna. Sonst schreib deine Frage gerne in den Chat und dann stelle ich sie. Und bis dahin machen wir weiter mit Frank Hellmann. Sarah, ich würde, also erstmal auch Glückwunsch, das gehört sicher so an dich. Ich würde auch noch mal eine Frage zu dem Thema Verletzungen stellen. Du hattest ja auch mal einen Kreuzbandriss. Und es war gerade auf dem DFB-Campus eine große Veranstaltung, ein Medical Symposium, wo die UEFA gesagt hat, eins der Hauptanliegen ist, die Häufigkeit der Verletzung des Vorder- und Kreuzbandes im Frauenfußball in den Griff zu kriegen. Es ist bekannt, dass es zwei, drei auftritt und ihr habt ja mit Jenny, die jetzt zurückkommt und Julia Gewinn das zweite Mal im Grunde ja auch zwei Fälle, die euch da handicappen. Kannst du noch mal sagen, vielleicht in Sachen Prävention machst du jetzt Sachen anders und habt ihr vielleicht im Trainingsalltag ohnehin schon Präventionsübungen eingebaut? Also vielleicht machst du jetzt Sachen vorher, die du für vorher nicht gemacht hast. Wie stellt sich das bei dir dar? Ja, kann ich machen. Also ich glaube, im letzten Jahr war es schon auffällig, dass sich wieder viele Topspielerinnen auch am vorderen Kreuzband verletzt haben. Ich selbst hatte auch so eine Verletzung, musste mich von einer Kreuzbandverletzung wiederholen. Dementsprechend wichtig sind präventive Übungen, die ich ja auch jetzt immer noch durchführe vor den Trainingseinheiten, aber auch ein gutes Krafttraining, damit die Muskulatur stabil ist. Je nachdem, wie die OP aussieht, bei mir wurde was vom hinteren Oberschenkel genommen, ist das natürlich schon auch ein Ansatz, wo man dann immer Muskulatur arbeiten muss. Und ja, deswegen ist da eigentlich auch nie Pause, sondern man macht da vor dem Training seine zwei, drei Übungen fürs Knie, sage ich mal, oder für die allgemeine Muskulatur. Und ich denke, dass das auch einfach wichtig ist, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr in die Forschung investiert, weil der Frauenkörper einfach auch anders ist wie der männliche Körper, um uns da vielleicht in Zukunft noch besser helfen zu können und solche Verletzungen vielleicht ein bisschen mehr zu vermeiden. Steffen Focke. Ja, schönen guten Tag euch beiden. Auch von mir liebe Geburtstagsgrüße an Sarah. Ich habe aber eine Frage an die Alex. Und zwar, ja, die EM ist ja jetzt verschoben und ihr habt jetzt zwei große Turniere in einem Jahr. Das heißt, der Zeitplan ist ganz schön straff. Der war ja letztes Jahr auch schon straff, weil da habt ihr ja Quali und Europameisterschaft in einem Jahr gespielt. Ja, ist das eher positiv, dass ihr da sozusagen gerade für dich, Alex, dass ihr da mehr Turniere spielen könnt in kürzerer Zeit? Oder ist das eher ein bisschen zu vollgestoff für euch? Mal davon abgesehen, dass ihr es ja nicht wirklich ändern könnt. Ja, klar, sind es viele Spiele. Also kommen ja natürlich auch noch die Spiele vom Verein mit dazu, die ja auch ein wenig mehr geworden sind. Wenn man jetzt in die Champions League schaut mit der Gruppenphase, die ja zuvor nicht so vorhanden war. Aber grundsätzlich sehe ich es jetzt gerade eher als positiv, weil wir einfach einen wahnsinnigen Schwung mit der Europameisterschaft mitnehmen können. Wir konnten was bewirken. Ich denke, das sieht man jetzt auch an einer gewissen Nachhaltigkeit. Man sieht es an den Zuschauerzahlen. Soviel ich weiß, sind die Tickets jetzt in Duisburg auch schon sehr, sehr gut verkauft. Und von daher sehe ich das jetzt gerade tatsächlich sehr positiv, dass wir sehr nah beieinander liegen mit den Turnieren. Wir als Mannschaft, ja, uns hat man gefunden sozusagen oder wir haben uns auch selbst gefunden während der Europameisterschaft. Und da wollen wir natürlich auch weiter dran anknüpfen, diesen Flow, diesen Hype und unsere eigene Stärke, die wir auf den Platz einfach bringen, auch weiterentwickeln, um dann bei der Weltmeisterschaft genau das Gleiche beziehungsweise ein Mühbesser, dann ja, das Ganze zu bestreiten. Deiner Nachtrag, wir haben in Duisburg verkauft und dann nochmal weiter mit der Frage von Gunnar Megas. Ich lese sie mal vor, Frage an Alex. Du hast gesagt, dass du die WM-Teilnahme geplant hast. Bist du quasi ein Schritt weiter als im letzten Jahr? Mit diesem Gedanke? Also eigentlich ist es derselbe Gedanke, um ehrlich zu sein, weil ich habe nie gesagt, dass ich die Weltmeisterschaft auf gar keinen Fall spiele oder nicht spielen werde. Ich habe es grundsätzlich immer offen gehalten, aber schon auch immer mit dem Nebensatz oder Nachsatz, dass die Planung schon Richtung Weltmeisterschaft stattfindet. Und das hat sich in dem Fall nicht geändert. Martina und ich sind da, glaube ich, grundsätzlich einer Meinung. Also ich habe auch gelesen und gehört, dass sie gesagt hat, ich werde nicht einen Tag oder fünf Minuten vorher um die Ecke kommen und sagen, ich werde die Weltmeisterschaft nicht spielen. Ich glaube, das ist allen völlig klar. Von daher sitze ich jetzt auch gerade hier, um mit der Mannschaft in die Vorbereitung Richtung Weltmeisterschaft zu gehen. Und von daher gehen wir da auch weiter erst mal in die Planung. Weitere Fragen? Frank Hellmann. Ja, Alex, nochmal vielleicht eine persönliche Frage an dich, wenn man gesehen hat. Da gab es eigentlich kaum eine Sendung, in der du nicht aufgetreten bist oder zumindest Bilder von dir über die Mattscheibe geflimmert sind, was ja auch berechtigt war, weil ihr einen tollen Erfolg errungen habt. Aber wie ist das bei dir jetzt? Hattest du eigentlich noch unerkannt? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was sozusagen in aller Münde, in aller Öffentlichkeit und auf allen Kanälen. Die Frage war, kannst du eigentlich noch unerkannt in Zug steigen, einkaufen gehen oder spazieren gehen? Geht das noch oder schwierig geworden? Das ist tatsächlich schwierig geworden, muss ich gestehen. Also ja, es ist manchmal tatsächlich ein bisschen verrückt. Also gerade, wenn ich auch in Großstädten unterwegs bin, das war sonst anders. Wenn ich jetzt mal in Berlin, Hamburg oder so war, da konnte ich ja vor zwei Jahren wirklich noch sehen, wo ich durch die Gegend laufen. Das kann ich tatsächlich jetzt nicht mehr so extrem. Aber ich sehe das sehr positiv, muss ich sagen. Also es ist in dem Fall ein sehr positives und schönes Feedback und auch eine schöne Anerkennung, wenn die Leute uns gesehen haben. Und ich glaube, das ist für uns, für den Frauenfußball ganz, ganz wichtig. Ja, auch wenn der Kollege, ich weiß nicht, von mir war, ich gehe jetzt mal gerne mal Richtung Schweden. Euer alter, bekannter Rivale, alte Rivalinnen. Ein Testspiel auf sehr hohem Niveau. Sie sind ja auch Halbfinalistin gewesen, die Schwedin. Ja, was wollt ihr in diesem Test ja einüben eigentlich? Die Alex hat es ja schon angedeutet, dass es so ein paar Feinheiten zu verbessern gibt. Ich meine, Abläufe gibt es immer zu verbessern im Fußball. Aber vielleicht könnt ihr da noch einen weiteren Einblick geben, was ihr da mehr trainieren wollt. Danke. Ja, Schweden ist eine absolut klasse Mannschaft. In den ganzen letzten Turnieren immer weit gekommen, Finale, Halbfinale. Das zeigt dann auch das Kaliber, was die Mannschaft mit sich bringt. Und das sind aber auch genau die Spiele, die wir brauchen, die uns als Mannschaft weiterbringen, weil sie Weltklasse-Spielerinnen auch in ihren Reihen haben. Und da muss man sich dann einfach auch beweisen. Und man kann quasi die Dinge, die wir uns jetzt hier im Training aneignen und wo wir uns weiterentwickeln wollen in verschiedenen Bereichen, sei es die Spieleröffnung, sei es Pressing, sei es Ballbesitzphasen, das sind alles Dinge, die wir dann in solchen Spielen auch versuchen umzusetzen. Und ja, gleichzeitig wollen wir jedes Spiel gewinnen. Und ja, genau das wollen wir dann auch in den Kulissen machen. Da kann ich nicht mehr viel zu sagen. Also ich glaube, es ist klar, dass wir natürlich nicht voll in die Internas reingehen und jetzt hier alles rausposaunen, was wir uns ja jetzt inhaltlich, taktisch und so weiter antrainieren. Von daher, lasst euch überraschen. Ulrike Juhn. Eine Frage an die Alex Popp nochmal. Duisburg ist ja auch was Besonderes für dich wahrscheinlich. Vielleicht kannst du auch mal kurz zurückblicken auf deine Zeit in Duisburg und was es für dich bedeutet, jetzt in Duisburg auch zu spielen und noch quasi ein Jubiläumsspiel wird es ja auch noch. Ja, ich komme immer sehr, sehr gerne nach Duisburg zurück. Und da hat alles begonnen, sozusagen angefangen. Ich bin in Duisburg zur Nationalspielerin gewachsen, habe in Duisburg mein erstes Länderspiel bestritten. Also ja, mehr Duisburg geht ja fast schon gar nicht mehr. Und wenn man jetzt natürlich nach, ja oder möglicherweise dem 125. Länderspiel dann auch noch in Duisburg bestreiten darf, dann ist das, glaube ich, eine runde Sache. Und freue mich wirklich von meiner Familie, von meinen Freunden da auch schon. Einige angekündigt haben, die das Ganze auch begleiten werden, im Stadion begleiten werden. Und ja, ich freue mich einfach sehr drauf. Es war eine besondere Zeit früher in Duisburg, sehr speziell noch als Außenverteidigerin. Hoffentlich spiele ich da jetzt nächste Woche nicht. War ja die gleiche Trainerin. Aber nee, ich freue mich einfach, da wirklich ein gutes Spiel absolvieren zu können, mit der Mannschaft zusammen die nächsten Schritte zu gehen und vor allem einen wirklich starken Gegner zu haben, weil genau diese Spiele brauchen wir auch, um sich weiter entwickeln zu können. Jana Lange. Ja, Frage an euch beide. Hallo. Ihr wollt zwar nicht so sehr ins Detail gehen, was ihr jetzt genau, an was ihr arbeitet, aber die Bundestrainerin hat schon mal durchklingen lassen. Sie möchte auch die nächsten Schritte mit euch gehen, in Sachen taktisch flexibler spielen. Könnt ihr das vielleicht mal ein bisschen detaillierter schildern, was das so sein könnte, ohne mich jetzt hier fachlich zu überfordern? Wenn man so eine Aussage trifft, könnt ihr euch das wahrscheinlich schon denken, dass wir vielleicht in dem einen oder anderen System ein bisschen flexibler agieren wollen, angepasster spielen wollen, vielleicht auf den einen oder anderen Gegner. im Verlauf eines Spiels vielleicht auch mal ein System zu verändern, dann aber natürlich nicht einfach zu verändern, sondern auch eine Sicherheit darin zu haben und zu entwickeln. Und ja, das ist so ein bisschen der Tenor, ohne zu verraten, in welchem System es sich befindet. Genau. Ja, beidemann. Ton, Probleme? Ja. Wir hören nichts. Leider sind sie nicht zu hören, aber gerne, wie der Kollege Brunner-Meggers die Frage dann in den Chat schreiben, dann stelle ich sie stellvertretend. In der Zwischenzeit gibt es weitere Fragen. Bin ich jetzt zu hören vielleicht? Ja. Wunderbar. Sind Sie da. Herzliche Glückwünsche an Sarah Debritt zum Geburtstag und zur Wahl in Frankreich, zur Spielerin des Monats Januar. Dankeschön. Und dann die Frage. In Deutschland hat man doch nach der EM einen ziemlich starken Zuschauerzuspruch. Hat sich nach der EM in Frankreich Ähnliches getan? Ich muss sagen, dass der Zuschauerzuspruch vor allem in Deutschland, glaube ich, schon sehr, sehr krass gestiegen ist. Die Mädels haben in Männerstadien gespielt, vor wirklich tollen Kulissen. Und da wurde der Hype wirklich auch nachhaltig mit nach Hause genommen. In Frankreich habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass die Zuschaueranzahlen so nach oben gegangen sind. Wir haben zwar auch die Topspiele, die wir in den großen Stadien austragen, Champions-League-Spiele oder Pokalspiele, wo dann viele Zuschauer da sind, aber jetzt so übers Wochenende verteilt. Ja, wäre es wünschenswert, wenn das noch in die Höhe gehen würde. Danke, Herr Lund. Ja, vielleicht, Alex, die WM-Vorbereitungen laufen ja schon auf vollen Touren. Also man hat ja ein Camp sich schon ausgesucht. Man weiß, wo man spielt. Also im Hintergrund ist schon vieles auf den Weg gebracht. Alex, du bist ja auf jeden Fall auch im Mannschaftsrat. Habt ihr euch über das Thema, und das wird ja ein Thema, werden WM-Prämien schon mal Gedanken gemacht? Zumal der Präsident hat ja jetzt im Sportstudio gesagt, der Verband hat gar kein Geld mehr und hat über 30 Millionen Minus gemacht und überall muss der Rotstift angesetzt werden. Könnt ihr sagen, wie geht ihr denn da rein? Weil das ist ja schon ein Thema jetzt nach eurem großen Erfolg im letzten Jahr. Habt ihr eine Zielsetzung? Ist die Zielsetzung vielleicht die, mit der gleichen Prämien wie die Männer auch in diese Verhandlungen zu gehen? Oder ist es noch überhaupt nicht besprochen worden bei euch? Also ich kann sagen, dass wir uns mit den Verantwortlichen auf jeden Fall zusammensetzen werden. Auch bald schon in dem Sinne. Aber ich werde mit Sicherheit jetzt keine Zahlen irgendwie hier rausposaunen, was wir uns vornehmen oder wo die Zielsetzung ist. Ich meine, du sprichst das Thema an von wegen die gleiche Prämie wie die Männer. Also das ist ja eine Never-Ending-Story. Wir reden hier nicht von Equal Pay. Da sind wir jetzt erstmal noch echt weit von entfernt. Und von daher wird das mit Sicherheit auch kein Thema sein. Aber wir sind guter Dinge, dass wir da in gute Verhandlungen gehen, in offene Verhandlungen gehen, um für beide Parteien dann auch das Gute und Bestmöglichste dann auch rauszuholen, wo beide mit glücklich und zufrieden sind am Ende. Eine Frage an die Sarah. Du hast ja nach der EM den Verein auch gewechselt letztes Jahr. Was ist denn anders jetzt in Lyon als in Paris? Ich finde es immer so schwierig, das alles zu vergleichen. Ich glaube, in jedem Verein laufen Dinge anders ab. Es fängt bei den Trainingszeiten an oder auch bei den Trainingstagen, aber auch so ein bisschen die Abläufe im Verein allgemein. Insgesamt, glaube ich, konnte ich mich dadurch jetzt auch schon wieder weiterentwickeln. Im neuen Umfeld mit neuen Spielerinnen, neues Trainerteam. Wir haben auch andere Systeme, die wir da spielen. Dadurch lernt man dazu, entwickelt sich weiter. Leider war ich auch ein paar Monate jetzt raus. Jetzt ab Januar wieder voll dabei gewesen. Konnte mich wirklich richtig schnell in die Mannschaft einfügen. Die Mannschaft hat es mir aber auch total leicht gemacht. Fühle mich unglaublich wohl. Und freue mich auf alle Aufgaben, die jetzt auch auf uns zukommen in der Champions League. Wir haben da auch ein spannendes Los jetzt mit Ceja. Ich freue mich auf die ganzen Wettbewerbe, die jetzt erst mal noch anstehen in den nächsten Monaten. Michael Rappen. Ja, hallo. Ich hätte eine Frage an Sarah. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag erst mal. Wie siehst du denn den Konkurrenzkampf in der Mannschaft, gerade im Mittelfeld auch? Ich denke, du zählst durchaus als Führungsspielerin. Wie siehst du dein Standing in der Mannschaft? Hast du das Gefühl, du hast deinen Platz sicher? Und ja, wie siehst du den Konkurrenzkampf? Danke. Wir haben hier einen herausragenden Kader. Die Qualität, die wir hier haben, ist wirklich klasse und total stark auch in der Breite. Von daher glaube ich, hat hier niemanden Platz. Sich von Training zu Training auch beweisen, sich in den Spielen zeigen. Und ich glaube aber, genau das bringt uns auch weiter und belebt. Und aus einem gesunden Konkurrenzkampf, sage ich mal, weil auf dem Platz jeder das Beste gibt. Aber neben dem Platz, wie wir uns als Mannschaft trotzdem alle total gut verstehen. Und wir einen unglaublich tollen Teamgeist auch haben. Und das ist das, was uns auszeichnet. Und auf dem Platz ist es so, dass jeder einfach das Beste gibt. Und am Ende ist Martina diejenige, die die Aufstellung macht. Ich stelle jetzt die böse Frage, beziehungsweise die schwierige Frage. Und Saudi hat ja große, beziehungsweise der angedachte Sponsor, hat große Diskussionen ausgelöst beim Neuseeländischen Verband. Und auch Alex Morgen hat sich ja dagegen ausgesprochen, beziehungsweise ihre größten Zweifel geäußert, dass dieser Sponsor im Sinne des Frauenfußballs wäre und dem Geist des Spieles widerspräche. Gibt es da innerhalb der Mannschaft Diskussionen? Ich fürchte, das ist eine Frage für die Kapitäne, die das schon ahnt. Und wie steht ihr dazu? Ja, wie stehen wir dazu? Nicht gerade positiv, sagen wir es mal so. Also, ja, ich glaube, die anderen haben schon viel ausgesprochen aus den anderen Nationen, dass das, glaube ich, kein optimaler Sponsor für eine Frauenweltmeisterschaft ist. Und für das, was, finde ich, wir Frauen auch so stehen. Und deswegen, ja, sind wir dem Ganzen auch eher negativ gegenüber angetan, muss man sagen. Ich bin gespannt, was da am Ende so ein bisschen bei rauskommt. Mehr Senf dazu geben, dass wir es nicht gerade gutheißen, können wir leider auch nicht. Was uns aber nicht davon abhalten wird, ja, den Fokus auf den Fußball zu setzen. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Michael Rappe noch einmal. Entschuldigung, ich hatte die Hand nicht runtergenommen. Danke. Okay. Dann letzter Blick in den digitalen Raum. Gibt es eine abschließende Frage? Ansonsten beende ich das an der Stelle und danke euch beiden und euch und Ihnen alle für die Teilnahme. Und wir sehen und hören uns wahrscheinlich morgen. Bis dahin. Und auch noch. So. Tschüss. Danke. Tschüss. Vielen Dank. Schönes Trainingslager. Danke. Gutes Schwitzen. Tschüss. Gutes Schwitzen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.